Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Drum gibt es diese Leichtigkeit. Untertitelung des ZDF, Kiefer und seine Unterstützung haben diese 200-Achre-Site in einem der größten, jaw-druppensten Kunstwerk in der Welt. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unfallens. Unvorstellbar gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich ein Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst.